Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Produktvorstellung. Und wer es mitbekommen hatte, als ich die Audio Comp Lautsprecher hier hatte bei mir, habe ich auch den Test mit einem Röhrenverstärker gemacht, weil ja die Lautsprecher das vom Wirkungsgrad auch hergeben. Und dazu kam der Fest Titania, um den es heute gehen soll. Und das ist ja für mich die erste Berührung mit Röhrenverstärker bei mir hier zu Hause, dass ich zum ersten Mal in meinen eigenen vier Wänden mit Röhre experimentieren durfte. Und ja, was soll ich sagen, schon mal vorweg, ist schon geil. Und erstmal zu Fest ganz allgemein. Fest kommt aus Polen und hat inzwischen über 40 Mitarbeiter, also gar nicht mehr so klein, würde ich behaupten. Und die Geschichte von Fest beginnt eigentlich in den 90er Jahren, wo der Gründer angefangen hat, unter dem Namen Toroidi, Transformatoren und Ausgangsübertrager selbst zu bauen. Also auch einen eigenen Ringkern Ausgangsübertrager. Und dadurch hatte man eben schon mal was an der Hand, was eigentlich nötig ist, um, sag ich mal, auch Verstärker zu bauen. In diesem Fall Röhrenverstärker, dass man eben wichtige klangliche Dinge sowieso schon aus eigenem Hause hat und nicht irgendwie rundum sich die Sachen zusammensuchen muss. Und so gründen die Söhne 2014 eben fest und bauten anhand diesem Ausgangsübertrager Röhrenverstärker. Also 2014, glaube ich, gegründet und 2015 ging das dann zum ersten Mal an den Markt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und seit 2017 gibt es das Ganze auch hier bei uns in Deutschland. Fest hat übrigens auch den Red Dot Award gewonnen für das beste industrielle Design. Da, wenn wir gleich mal zum Design kommen, Leute, was soll ich euch sagen? Dann, ihr seht den Verstärker hier. Und das ist auch wieder sowas, ich finde, auf Fotos sieht ja auch schon cool aus, aber in echt wirkt das dann nochmal viel geiler. Muss man ganz klar sagen. Und ich finde, was hier perfekt gemacht wurde für meinen Geschmack, ist die Kombination von dieser doch eher vintage ermuteten Röhrentechnik. Ich sage es einfach mal so, transformiert in die Moderne mit diesen klaren und schlichten Formen. Das ist wirklich eine runde Sache. Für mich kann es ja, ihr wisst, dass im HiFi auch gerne sehr klassisch sein. Aber hier, das ist wirklich super. Ich finde auch gerade zum Plattenspieler, das passt gerade wundervoll zusammen. Das ist wirklich optisch toll gemacht. So, und bevor wir zu den Fakten kommen, wollte ich euch mal sagen, was ich ganz cool fand. Das ist wahrscheinlich bei vielen Röhrenverstärkern so, ist, dass, als der angekommen ist, die Röhren noch nicht eingesteckt waren. Also, die Röhren musste man selbst reinstecken, einbauen. Ist jetzt keine große Arbeit, aber finde ich irgendwie cool. Schafft irgendwie auch so eine Verbindung, dass man irgendwie sagt, man steckt das dann noch selbst zusammen. Hat mir irgendwie Spaß gemacht. Die waren dann hier so verpackt. Oder die kleinen waren so verpackt. Musste man dann eben hier einsetzen, ein bisschen vorsichtig, aber ging ohne Probleme. Ja, also, die genaue Bezeichnung ist Fest Titania Evo. Optisch haben wir schon drüber gesprochen. Für mich ein Volltreffer. Das Gerät ist 42 cm breit, 20 cm hoch insgesamt und 38 cm tief. Haben natürlich ein ordentliches Gewicht in der Regel solche Röhrenverstärker. Wir sind hier in diesem Fall bei 21 kg, aber das lässt sich alleine noch gerade gut handeln. Ihr bekommt den in vielen unterschiedlichen Farben. Also, da ist bestimmt für jeden was dabei. Wir haben natürlich hier klassisch Silber. Das Ganze gibt es in Schwarz, in Weiß, in einem Rotton, in einem sehr schicken dunklen Grün, wie ich finde. In einem dunkleren Rot und in einem so Champagnerton. Ja, von der Röhrenbestückung ist es hier so, das sind im Ausgang KT88 Röhren, die, glaube ich, relativ beliebt und verbreitet sind bei Röhrenverstärker, diese KT88. Und im Vorverstärkerbereich sind es ECC83. Das Gerät hat eine Push-Pull-Schaltung, hat zweimal 45 Watt und drei RCA-Eingänge hinten. Und vom Lautsprecher-Terminal her ist es so, dass ihr die Möglichkeit habt, über 4 und 8 Ohm anzuschließen. Je nachdem, was ihr für Lautsprecher habt, kann man vielleicht auch ein bisschen mal rum experimentieren, wie es vielleicht besser kommt. Ansonsten habt ihr hier an der Front nur den Lautstärkeregler und Source, also der Auswahl der drei Eingänge hinten. Ansonsten clean das Ganze. Hier vorne dieses Festlogo, das sieht man, glaube ich, auf den Aufnahmen fast gar nicht. Leuchtet ganz, ganz, ganz dezent in einem, ja, weiß-bläulichen Ton. Ist sehr unauffällig, mag ich eigentlich, passt. Genauso simpel und schlicht und dezent kommt eigentlich die Fernbedienung daher. Habt ihr eben das Festlogo und ihr habt eigentlich nur laut und leise, was ihr hier drauf machen könnt. Relativ schnell erklärt. Dann noch ein absolutes Highlight für mich, muss ich sagen, ist die Abdeckhaube. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für mich, denn es ist irgendwie so Abdeckungen von Lautsprecher oder Geräten. Bei mir alles weg. Ich will lieber so das Pure sehen. So natürlich auch bei einem Röhrenpaar stärker. Man möchte natürlich hier die Röhren frei sehen eigentlich und nicht irgendwie so einen Käfig drüber machen. Deswegen habe ich diese Abdeckung erstmal ignoriert und erst jetzt die Woche, kurz bevor ich das Video gemacht habe, mal richtig ausgepackt. Und ich finde die wirklich sehr cool. Schaut mal, wie die gemacht ist. Ja, und dann schiebt man das Ganze hier einfach so drauf. Und es hat hinten einen Anschlag und mehr ist es nicht. Und ich finde, das ist eigentlich, hat genauso ein Design Award schon fast verdient, wie das gemacht ist. Sorry, dass ich das so sage, aber ich finde es wirklich cool. Das sieht einfach mega aus. Dass das vorne einfach ganz eine klare Scheibe da ist und man die Röhre nicht irgendwie verdeckt mit einem Gitter vorne. Man hat noch volle Sicht und trotzdem den Schutz. Also das ist schon cool. Ja, Thema Aufstellung. Muss man natürlich ein bisschen schauen bei den Röhrenverstärkern. Denn die Dinger, wenn ihr noch nie sowas hattet, die werden wirklich mehr als warm. Also sie werden echt heiß. Da kommt ordentlich was an Temperatur raus. Und ich hatte den zuerst hier unten mal drin stehen. Das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Da war schon knapp 10 Zentimeter noch Luft zwischen den Röhren und der Platte hier. Aber die Platte war unten schon, ist richtig heiß geworden. Also das war mir fürs Rack zu heiß und vielleicht auch fürs Gerät, dass die Wärme nicht richtig abgehen kann oder so. Und deswegen habe ich es hier oben drauf gestellt. Finde ich es auch schick. Passt. Ja, Design gefällt mir. Verarbeitung top. Gibt es gar nichts zu meckern. Kommen wir mal zu meinen Eindrücken, zum Klang. Wichtig ist hier natürlich, Leute, immer neben eurem persönlichen Geschmack, denn wenn ich das jetzt beschreibe, ist es natürlich mein persönlicher Geschmack und die Kombination natürlich. Das ist nicht jeder Verstärker, noch nicht jeder Röhrenverstärker funktioniert mit jedem Lautsprecher. Hier muss man auch ein bisschen auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher achten. Wobei der Röhrenverstärker mit 45 Watt natürlich auch schon relativ gut Leistung hat, finde ich. Und wahrscheinlich auch mit Lautsprechern gut klarkommt, die nicht den allerhöchsten Wirkungsgrad haben oder so. Aber das müsst ihr natürlich unbedingt beachten. Am meisten gehört habe ich natürlich diesen Verstärker mit den Audium-Lautsprechern. Da habe ich gute drei Wochen damit verbracht. Und natürlich auch mit einem Transistorverstärker, mit dem Soul-Node verglichen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass in Kombination mit diesen Lautsprechern für mich keine Frage ist, dass die Röhre mir deutlich mehr Spaß gemacht hat. Es war wirklich deutlich. Die Durchhörbarkeit, das war alles präsenter. Der Raum von vorne nach hinten war irgendwie deutlicher dargestellt. Das Ganze hatte mehr Gefühl, aber ohne, und das ist mir auch wichtig zu sagen, irgendwie besonders warm zu klingen. Weil ich glaube, man geht ja irgendwie davon aus, bin ich früher eigentlich auch, wenn man so über Röhrenverstärker, das ist besonders warmer Klang. Aber ich finde, das ist zu oberflächlich und zu leicht oder zu locker dahergesagt. Also ich würde das nicht im Vergleich zum Transistor, den ich hatte, als warmen Klang beschreiben. Wie gesagt, es ist mehr Gefühl, es ist mehr Präsenz, es ist mehr Raum in der Tiefe. Und so Durchhörbarkeit, sagt man ja auch, die ist hier mehr. Und man hat einfach, ja, das Gewisse, was einem so abholt, ist irgendwie intensiver gewesen mit dem Fest-Titanja, mit der Röhre in der Kombination. Also auf jeden Fall. Und ich kann euch sagen, ihr seht es ja, ich habe hier jetzt aktuell neue Lautsprecher stehen, zu denen bald mehr. Und in der Kombination mit denen ist das auch absolut erste Sahne. Also muss ich euch wirklich sagen, ja, ich habe jetzt da Thema Röhre schon ein bisschen Blut geleckt, muss ich euch sagen. Mal schauen, wie ich das gestalte. Hier unten wird erstmal einen Röhrenverstärker einziehen in Kombination mit den Lautsprechern. Ob ich im Wohnzimmer mal noch was ändere, weiß ich nicht, aber da bin ich ja eigentlich zufrieden. Aber Röhrensound, muss ich sagen, jetzt wo ich mal die Möglichkeit habe, hatte das selbst zu testen, kombiniert mit den richtigen Lautsprechern, ist schon was Feines. Und ich verstehe gut, warum viele da einfach drauf stehen. Also abschließend finde ich das wirklich ein tolles Gerät. Und Preis-Leistung stimmt hier meiner Meinung nach auch. Jemand, der einen Röhrenverstärker sucht und vielleicht auch nicht so ganz den brachialen Vintage-Look möchte, sondern ein bisschen die Röhre in die Moderne holen will, weil es einem zu Hause irgendwie besser reinpasst oder so, finde ich, ist mal bei FES genau richtig. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schaut noch gerne ein paar alte Videos von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann.